Was zeichnet einen guten Gastgeber aus? Dieser weiß, seine Gäste in einem angenehmen Ambiente willkommen zu heißen und hat für sie stets etwas Besonderes zu bieten. Dem guten Gastgeber ist viel daran gelegen, für seine Gäste zu jeder Zeit gut erreichbar zu sein. Und nachdem er sie in Empfang genommen hat, lässt er ihnen genügend Zeit und Raum, um in Ruhe anzukommen. Er versteht etwas davon, wie man seinen Gästen ein gutes Maß in Aufmerksamkeit schenkt. Untertitelung. BR 2018 Zu jedem Anlass erweist sich der Gastgeber als flexibel und ideal ausgestattet. Gekonnt weiß er eine angenehme Atmosphäre zu schaffen und ist bestens darauf vorbereitet, für das Wohlergehen seiner Gäste sorgen zu können. Ihnen all diese Dinge bieten zu dürfen, genau das zeichnet den guten Gastgeber aus. Gekonnt weiß erweist sich der Gastgeber aus. Gekonnt weiß erweist sich der Gastgeber aus. Gekonnt weiß erweist sich der Gastgeber aus. Vielen Dank.